Und da sind wir wieder bei 10 Seconds Ninja X, heißt das Spiel. Immer noch. Gut, also wir haben noch einen weiteren Monitor freigeschaltet. Jetzt mal kurz gucken, was wir alles machen müssen. Ich glaube, wenn ich bei allen Punkten zwei hole, dann habe ich wieder einen... Ah, ich muss nicht mal bei allen Punkten. Ich kann auch bei drei Punkten nur eins holen. Dann hätten wir 96 Sterne. Mal schauen, mal schauen. Los geht's! Also, 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 was muss ich hier machen? Jetzt ist die Frage, ballert das Ding zurück? Ah, das portet mich rüber. Das ist cool. Ah, das kann mich aber nicht immer grappen. Das Ding kann mich ziehen da. Ah, da oben ist noch einer. Komm ich hier nicht irgendwie noch hoch? Aha, okay. Ich hab keinen... Wurfdinger mehr. Hier! Gut, das reicht schon. Okay, also wenn ich hier draufballere, dann ziehen die mich alle durch, ne? Touch. Warum geht das nicht? Ich verstehe das nicht, warum es den unteren nicht tötet. Ist das ein Bug? Müsse doch eigentlich, müsste das doch an den links abprallen. Ah, ich muss auch springen. Okay. Ah, ich bin jetzt wieder nicht aufgeschwungen. Jetzt hab ich zu spät. Ah, ich bin jetzt wieder nicht aufgeschwungen. Nein. Jetzt hab ich's verkackt. Verkackt. Nein. Zu kurz vor dem Ende. Jetzt hab ich mich verklickt. Noch schlimmer. Oh, ja. Also nächstes Level. Ähm. Oh alter Schwede, was ist das denn? Wieder für ne Scheiße hier. Ja, ich hab mir-ein. Ich hab dir bitte eine Töne dazu. Ich hab dir noch nicht mehr Hive. Ich hab dir das Gefühl. Das war's. Nein. Obwohl doch. Könnte das funktionieren? Okay, ich mach's so, dass ich... Einen da drauf, dann hier, so. Gibt es zwei? Ja, das reicht mir schon. Mehr brauche ich nicht. Okay. Okay. Supi, wieder mal so eine Sache hier. Also. Heftig, da könnte ich sogar noch. Also gut, lass mal probieren. Ups. Yeah! Den verstehe ich nicht. Hier muss ich irgendwie... Ich muss... Das macht aber keinen Sinn. Okay. Ich hab eigentlich gedacht, das wird irgendwie ein bisschen schwieriger, aber so wahnsinnig viel schwieriger wurde es jetzt nicht. Aber jetzt mit diesem Schalter. Aha, ich weiß, wie ich's machen muss. Nein, das kann's nicht sein. Komm, wir schalten hin was frei. Wir haben so viele davon. Aha. Nee, warte mal. Er hat das anders gemacht. Er zieht sich rüber. Ah nein, er springt rüber. Haut drauf. Aha. Okay. Ups, sogar. Oh, da hat noch so wenig gefällt. Also komm, das schaffen wir noch. Verdammt. Nein. Egal. Ich glaub, das ist das letzte, ne? Oh Gott. Oh Himmel. Himmel herrart. Komm, Hinweis. Drüber. Töten. Hoch. Drüber. Nochmal. Drüber. Unten durch. Hoch. So. Also. Dann hab ich aber nach rechts geballert. Ah, ich weiß, wie. Ups. Ups. Ich darf den nicht schlagen. Ich muss den mit dem Shuriken killen. Das ist so schwierig. Ich weiß nicht. Na. Na. Nein. Ah, da kann ich eigentlich auch zwei draufwerfen, ne? Nein, jetzt hab ich's verkackt. Nein, da muss ich. Ja, ja. Das ist so. Jetzt bin ich dann langsam unkonzentriert. Verdammt der Axt nochmal. Yes. Okay. Oh, hallo. Sorry. Ich war gerade in Gedanken. Ist klar. Ist klar. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Aber ich verstehe nicht, warum das so ist. Ha. Das reicht aber nicht. Ich meine, ich habe Vögel in der Maschine eingefangen. What the fuck? Sie sind da drin und dringen nach Luft. Das muss doch einen Grund haben. Ich kann es nicht rückgängig machen. Es wird wehtun, dich nicht mehr zu hassen. Du hast echt Probleme, man. So wird mich niemand lieben, oder? Und schon wieder ist der Strom weg. Yay. Also gut. Hey Kumpel, ich habe mir beim letzten Durchlauf über weh getan. Es ist nicht dein Fehler, aber dein Freund Benji war mal wieder im Weg. Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe. Keine Sorge wegen den Generatoren. Der war nie kaputt. Ich habe ihn bloß abgeschaltet. Ich habe deinen Besuch sehr genossen. Gib dem Käpt'n ein Jerkin von mir, dein Kumpel. Benji. X. X. Ohne Witz. Ist er tot? Nein, ich mochte ihn. Nein, komm jetzt. Kannst du mir vielleicht helfen? Warst du schon im Maschinenraum? Ja, ja. Das aber... Bla, bla. Nein, ich will kein Spiel von dir spielen. Es ist ein guter Freund gestorben. Boah, das nervt mich gerade hart. Das kann es ja nicht sein, hey. Wenn du Maschinen reinkommst, kann ich auch immer noch nicht. Ich müsste alle... Nein, nein. Nein. Nein, ey. Der ist wirklich tot. Boah, das macht mich fertig, hey. Den hinteren kriege ich aber nicht dann. Okay. Der ist auch nicht zu verlorin. Der ist auch nicht zu 회必. Wir nehmen den Asch und die Leute. Ich bin eine Möge. Das ist doch eine Möge. Die Hände muss auch nicht zuhören. Den hinteren kriege ich das. Verwurzate ich mich. Es geht schon mal. Und verwurzate ich mich. Aber auch nicht zuhören. Hände muss ich. Wir haben nicht zuhören. Ich habe mich schnell zuhören. Neuer Rekord, ja supi. Ach! Nein! Ich will das jetzt hinkriegen! Ich will den Stern haben, für Benji. Ich kratze jedes Mal ab. Da unten. Ganz schön. So, zurück zum Schiff. Hoffen wir einfach, dass er nicht tot ist. Na gut, also. Wir machen ein kleines Päuselein. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ich hoffe, dass er noch lebt. Gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!